Was hat es eigentlich auf sich mit Werkzeugakkus, mit Akkuschrauberakkus, mit all diesen Akkus, die wir hier in der Werkstatt haben, das klären wir heute in unserem Werkzeug ABC zum Thema Akkus. Und das Video wird richtig spannend. Wir gehen heute auf so viele Sachen ein. Zum Beispiel, was gibt es überhaupt für Akkus? Wie ist die Entwicklung der Akkus? Wie lagere ich die Akkus? Wie lange hält so ein Akku? Wie lade ich so ein Akku? Was kann ich von einem Akku erwarten? Ist ein Akkugerät genauso stark heutzutage wie ein Kabelbundesgerät? Ja, was ist überhaupt ein Akku? Ein Akku ist im Prinzip eine Batterie, aber landläufig bezeichnet man natürlich einen Akku eine Batterie, die man auch wieder aufladen kann. Ich hatte beispielsweise früher mal als Kind so ein ferngesteuertes Auto. Da hatte man Duracell oder irgendwelche anderen Batterien reingetan oder dann gab es schon Nickel-Cadmium-Akkus. Aber diese Nickel-Cadmium-Akkus waren damals sündhaft teuer und lange nicht so leistungsfähig wie eine normale Alkali-Batterie, die man so gekauft hat. Aber das hat sich natürlich im Laufe der Zeit wirklich geändert. Ich habe ja neulich noch in Werkzeug-ABC über das Thema Akkuschrauber mal euch erklärt, wie so der Akkuschrauber überhaupt erfunden wurde, wie die Entwicklung so vonstatten ging. Und die ersten Akkuschrauber, die es von Makita beispielsweise gab, die hatten noch eine relativ große 12-Volt-Batterie, die man so am Gürtel getragen hat. Der erste Akkuschrauber, wie man den heute kennt, sieht so aus. Das ist ein Makita 6012. Es gab ihn als 6010, da hat er nur Eingang getrieben. Ich glaube, die hat schon zwei Gänge, aber im Prinzip so sah der aus. Und hier war ein Akku, das war ein Nickel-Cadmium-Akku oder das ist hier noch ein Nickel-Cadmium-Akku. Mittlerweile gar nicht mehr zulässig, aber die haben wirklich das Thema so ein bisschen eingeläutet, dass ein Werkzeug kabellos wird. Die Nickel-Cadmium-Akkus waren also im Prinzip der Einstieg in die Welt der Akku-Werkzeuge, haben den Vorteil, dass sie relativ robust sind, also Tiefentladung ist nicht so schlimm. Die können auch relativ lange gelagert werden, aber die haben einen Memory-Effekt, das ist dann nicht so gut und natürlich die Kapazität, also die Leistung ist auch relativ begrenzt gewesen. Das müsste so in den 90er Jahren gewesen sein, als dann Nickel-Metall-Hydrit-Akkus aufkamen. Die Nickel-Metall-Hydrit-Akkus waren von dem Memory-Effekt nicht ganz so kritisch, aber die waren jetzt relativ empfindlich, was Tiefentladung anbelangte oder auch Überladung. Das konnten die nicht so gut haben, deshalb war das eigentlich auch eher so eine Zwischentechnologie, denn Ende der 90er Jahre hat Sony den ersten Videocamcorder rausgebracht, der einen Lithium-Ionen-Akku hatte. Das war damals eine Revolution, kein Memory-Effekt, relativ kompakt, relativ hohe Energiedichte. Und 2003 gab es dann den ersten Akkuschrauber, der Lithium-Ionen-Technologie hatte. Das hat den Markt dann wirklich revolutioniert für Akku-Werkzeuge. Entsprechend blicken wir also so ungefähr auf 20 Jahre Lithium-Ionen-Akkus im Werkzeugbereich zurück. Und wenn man mal überlegt, 20 Jahre, da hat sich natürlich eine Menge getan. Um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie sich die ganze Technologie entwickelt hat, nehmen wir mal diesen Nickel-Cadmium-Akku von Makita. Der hat 7,2 Volt bei 1,3 Amperestunden. Und dieser Akku hat weniger Energie als dieser Bosch-Akku. Die ersten 10,8 Volt-Akkus von Bosch Lithium-Ionen. Wenn man das mal von der Größe hier vergleicht, ist das natürlich ein deutlicher Unterschied. Das Ding ist auch deutlich schwerer. Und ein paar Jahre später haben wir nicht eine Amperestunden-Kapazität hier, sondern wir haben hier eine Kapazität von 3 Amperestunden, entsprechend die dreifache Leistung bei eigentlich identischem Formfaktor. Gewicht ist auch ungefähr gleich. Und hier zum Beispiel ein Hilti-Akku, Nickel-Metall-Hydrid, 3 Amperestunden bei 12 Volt. Im Prinzip hier die gleiche Energiedichte bei deutlich mehr Gewicht. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn, wenn man das mal sieht. Und um das Ganze nochmal deutlicher zu machen, habe ich hier noch eine alte Autobatterie. Das heißt, so alt ist sie jetzt auch nicht. Das ist eine ganz normale Bleisäure-Batterie mit 75 Amperestunden, 12 Volt. Die wiegt um die 21 Kilo. Und diese Batterie hat auch die Aufgabe, sehr hohe Ströme zu liefern, wenn ihr das Auto jetzt startet. Das heißt, der Anlasser braucht einen sehr hohen Strom. Das kann die gut. Die kann zum Beispiel in der Spitze 700 Ampere liefern. So ist sie spezifiziert. Das könnte jetzt so ein Werkzeug-Akku so ohne weiteres nicht. Aber was diese Batterie eben nicht gut kann, ist, dass man sie wie ein Werkzeug-Akku immer lädt und dann relativ komplett entlädt. Das würde die nicht lange mitmachen. Eine Bleisäure-Batterie sollte man im Regelfall nicht unter 50 Prozent laden. Ansonsten kommt das zu einer sogenannten Sulfatierung. Das heißt, zwischen diesen Bleiplatten in dieser Batterie bilden sich so Sulfatkristalle. Die setzen sich irgendwann an den Batterieboden. Und wenn die immer mehr werden, hat man irgendwann einen Zellenschluss. Dann ist die Batterie im Prinzip kaputt. Und in unseren Akku-Werkzeugen haben wir ja so eine Lithium-Ionen-Batterie mittlerweile. Und jetzt ist ja die Frage, wie viel Energie habe ich hier gespeichert? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe hier in der Batterie 75 Amperestunden, da kann ich die Hälfte von nutzen, dann habe ich eine Energiedichte von 450 Wattstunden, also ein Energiegehalt nutzbar. Wenn ich jetzt hier so eine 12 Amperestunden-Batterie habe mit 18 Volt, dann habe ich eine theoretische Energiedichte, ein Energiegehalt von 216 Wattstunden. Wenn ich jetzt also zwei Batterien hiervon habe, dann habe ich im Prinzip die gleiche praktische nutzbare Leistung wie in dieser großen Autobatterie. Aber diese Batterien wiegen zusammen nicht mal 2,8 Kilo im Gegensatz zu 21 Kilo hier für diese Autobatterie. Aber ihr könnt jetzt natürlich auch vom Bauraum sehen, dass es deutlich kleiner ist. Die Frage ist, wo ist der Haken? Der Haken ist beim Preis. Wenn ich jetzt zwei von diesen Akkus kaufe, da liege ich ruckzuck irgendwo, denke ich mal, 500 bis 600 Euro. So eine Batteriestandard, wenn ich so günstig kriege, wahrscheinlich um die 100, 150 Euro. Wie gesagt, zwei verschiedene Anwendungsfälle. Ich wollte nur mal verdeutlichen, wo wir mittlerweile sind, was die Energiedichte, Energiegehalt von so Batterien anbelangt. Und es gibt natürlich wiederum auch eine Verbindung hier zur Autobatterie, denn die Zellen, die hier drin sind, sind mittlerweile auch in vielen Elektroautos. Zum Beispiel Tesla hat auch 21700er Zellen, also die gleichen Batteriezellen, die gleichen Lithium-Ionen-Batterien, die in einem E-Auto drin sind. Die sind auch im Akkuschrauber oder für den Akkuschrauber oder für alle anderen Akkugeräte. Vor ein paar Jahren habe ich euch schon mal ein Video gemacht mit dem Michael. Da haben wir auch schon mal über Akkus geredet. Da hatte ich auch schon mal einen Bosch-Akku auseinandergenommen. Können wir euch auch gleich nochmal einblenden in der Infobox. Neulich war auch der Michael von Bosch da. Da haben wir auch nochmal über Akkus gesprochen. Wenn euch das interessiert, sehr, sehr interessantes Video. Da wird natürlich nochmal das Thema Akkuentwicklung aus der Sicht eines Herstellers beschrieben. Aber das ist eine 21700er Zelle. Das ist eigentlich mittlerweile so die Standardzelle bei den gebräuchlichen Akkusystemen. Es gibt auch 18650er Zellen. Und bei einer 21700er Zelle bedeutet das, dass der Durchmesser dieser Rundzelle 21 Millimeter ist. Und die Länge ist nicht 700, sondern 70 Millimeter. Aber das ist nur der Formfaktor. Es gibt verschiedene Zellhersteller. Und es ist jetzt in der Regel auch so, wenn ihr jetzt einen Bosch-Akku kauft oder hier einen Metabo-Akku, dass ihr keine Bosch-Zellen bekommt, sondern die Zellen sind von den gängigen Zelllieferanten, wie zum Beispiel Samsung, Panasonic, Sony, um einiges zu nennen. Und die Zellentwicklung ist teilweise schon in Zusammenarbeit mit großen Elektro-Werkzeugherstellern, weil die haben natürlich auch bestimmte Spezifikationen, die sie da brauchen für den Anwendungsfall. Aber auch hier geht die Entwicklung wirklich weiter. Und die 21700er Zelle ist vor allen Dingen in einigen Versionen schon mittlerweile in der Lage, 50 Ampere Stromentnahme zu liefern. Das heißt, die Leistung wird immer höher, die Energiedichte wird höher. Und ich habe damals in meinem ersten Akku-Video auch mal so ein bisschen den Vergleich gezogen zum Murschen-Gesetz in der Computerbranche. Und das Mursche-Gesetz besagt im Prinzip, dass sich die Zahl der Schaltkreise auf einem Prozessor alle zwei Jahre verdoppelt. Und spätestens, wenn man guckt, was man heute alles mit einem Smartphone machen kann von der Technologie, Kamera, Speicherplatz und so weiter, dann hast du natürlich keine Fragen mehr. Und so ein bisschen sehe ich das auch, dass die Akkutechnologie auch riesige Sprünge noch machen wird. Wenn das entsprechend so weitergeht in der Entwicklung, dann werden wir wahrscheinlich so in zehn Jahren da sein, dass ich dann hier stehen könnte und sage, hier ist die Autobatterie und äquivalent hast du nur noch einen Akku statt zwei. Das wird, denke ich mal, so kommen. Treiber ist natürlich auch die Elektromobilität, da geht es natürlich auch um Reichweite. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an unseren Partner Koro. Wenn euer Akku mal zwischendurch ein bisschen neue Energie braucht, dann empfehle ich euch die Snacks von Koro. Meine Favoriten sind momentan die getrockneten Bananen, allerdings ungezuckert, also nicht so. Mega süß und immer noch die gebrannten Erdnüsse. Des Weiteren bin ich gerade im Thema Porridge mit so ein paar Trockenfrüchten mit drauf. Schmeckt mega. Kriegt ihr alles bei Koro in Großpackung zu wirklich annehmbaren Preisen. Die Qualität ist durchgehend super. Mit dem Code BAUFUNG24 bekommt ihr auf eure Bestellung sagenhafte 5%. Wenn man mal so ein bisschen zurückgeht in die Wissenschaft, in die Physik, dann taucht Ende des 18. Jahrhunderts ein Kollege auf, Alessandro Volta. Denn nach Alessandro Volta ist die Einheit für die elektrische Spannung benannt, nämlich Volt. Und am Ende der Forschung hat er dann eine Batterie quasi entwickelt, die Voltage-Säule hieß das damals. Diese Voltage-Säule, also diese Batterie nach einfachsten Maßstäben, wenn man es mal von heute aus betrachtet, die funktioniert aber eigentlich immer noch so vom System, wie eine Batterie auch heute funktioniert. Das heißt, du hast immer noch ein Elektrolyt und bei einer Lithium-Ionen-Batterie ist dieses Elektrolyt flüssig. Es gibt auch Lithium-Polymer-Batterien, da ist dieses Elektrolyt eben eher so gelförmig, so fest. Hat Vorteile, dass es zum Beispiel dann nicht so schnell reaktiv ist. Bei einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle kannst du einen Nagel reinhauen, da passiert nichts. Nachteil ist, die Energiedichte ist nicht ganz so hoch und bei Akku-Werkzeugen kommt es ja an, auf Energiedichte, auf kleinstem Raum, Leichtigkeit. Und deswegen haben wir im Werkzeugbereich Lithium-Ionen-Batterien. Letztendlich steckt also viel Wissenschaft, viel Physik, viel Forschung und Entwicklung in den Akkus, wie man sie heute hat. Aber wir fangen jetzt nochmal ganz einfach an, nämlich, was habe ich auf so einer Batterie eigentlich stehen? Nehmen wir einfach mal hier eine 18-Volt-Batterie von Bosch. Das ist eine Pro-Core-Batterie, ist also die neueste Batterie-Generation, auch mit diesen 21700er-Zellen. Und jetzt steht hier drauf, 18 Volt und 4 AH. 4 AH steht für 4 Amperestunden. Und um das jetzt ein bisschen zu verstehen, nochmal die grundlegenden Einheiten, die wir hier beim Akku brauchen, nämlich einmal die Spannung. Das ist jetzt hier in dem Fall Volt, 18 Volt. Dann haben wir die Stromstärke. Die ist jetzt hier nicht mit den 4 Amperestunden beschrieben, sondern die 4 Amperestunden sind eigentlich die Kapazität. Und dann haben wir noch die Watt. Das ist ja die elektrische Leistung, die ich hier rausziehen kann, also bei einer Belastung. Und um den Energiegehalt eines Akkus zu bestimmen oder zu wissen, muss ich die Wattstunden ausrechnen. Und das ist ganz einfache Mathematik, indem ich einfach die Spannung, also hier 18 Volt, mit der Kapazität multipliziere. Also das wären dann hier 18 Volt mal 4. Und damit komme ich auf 72 Wattstunden. Und das ist jetzt wirklich ein vergleichbarer Wert. Denn als Beispiel, wenn ich nur die Amperestunden als Kapazität nehme, habe ich keine Info, wie viel Energie wirklich in einem Akku drin sind. Hier habe ich jetzt einen 10,8 respektive 12 Volt Bosch-Akku. Hier steht 4 Amperestunden drauf. Trotzdem hat dieser weniger Energiegehalt als der 18 Volt Akku. Denn gemäß der Formel 10,8 Volt mal 4 für die 4 Amperestunden, dann hätte ich jetzt hier 43,2 Wattstunden Energiegehalt im Akku. Aber die Frage ist, wie kommt das, dass der Akku 4 Amperestunden hat, aber trotzdem weniger Energiegehalt? Ja, das liegt jetzt an der Spannung. Und ob ich jetzt einen 12 Volt Akku habe oder einen 18 Volt Akku, liegt einfach daran, wie viele Zellen hier verbaut sind. Hier beispielsweise sind 18 650er Zellen und hier habe ich einen älteren Bosch 18 Volt Akku. Und hier sind auch 18 650er Zellen drin. Das heißt, die gleichen Zellen, aber hier sind es 5 in Reihe. Das heißt, die werden hintereinander geschaltet. Damit steigt dann hier einfach die Voltzahl. Jetzt geht es natürlich um die Kapazität auch noch, also um die Amperestundenzahl. Und das liegt dann daran, wie viele Zellen ich hier parallel schalte. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Reihe habe, 5 Zellen und ich mache eine zweite Reihe, dann verdoppelt sich die Kapazität, also die Amperestundenzahl. Und hier habe ich einen zweireihigen Akku. Die Gesamtkapazität ist 5 Amperestunden. Das heißt, die Einzelzelle hier, also im Prinzip das, hat dann 2,5 Amperestunden. Das einfach mal ein bisschen Theorie, um zu verstehen, wie stark ist denn der Akku wirklich, wie viel Kapazität hat er und wie kommen dann eigentlich diese Zahlen zustande. So weit, so gut. Und es könnte jetzt so einfach sein, aber vor ein paar Jahren gab es auf einmal neue Akkus auf dem Markt. Da stand dann nicht mal 18 Volt drauf, sondern wie hier bei dem Parkside 20 Volt. Und als Laie könntest du jetzt vielleicht denken, naja, 20 Volt, da klingt ja nach mehr Power. Ist das der bessere Akku? Nehme ich. Aber diese Akkus sind im Prinzip zumindest vom Aufbau und der Zellenanzahl total gleich, baugleich. Es sind jeweils 5 Zellen in Reihe geschaltet. Entsprechend komme ich hier auf 18 Volt. Warum habe ich jetzt hier 20 Volt? Das ist jetzt, sage ich mal, eine marketingfreundliche Auslegung der technischen Möglichkeiten oder der technischen Daten. Denn wenn wir jetzt hier 5 Zellen haben und teilen 18 durch 5, dann haben wir 3,6 Volt. 3,6 Volt ist die Nennspannung einer Lithium-Ionen-Zelle. Wir haben im Prinzip 3 Spannungsgrößen. Wir haben einmal eine Nennspannung, das ist jetzt bei einer Lithium-Ionen-Zelle 3,6 Volt. Dann gibt es im Prinzip eine Ladeschlussspannung, die heißt, das heißt, wenn ich darüber lade, geht die Zelle kaputt. Das ist meistens so 4,2 Volt. Da gibt es noch ein bisschen Toleranz je nach Zelle, aber sagen wir mal 4,2 Volt. Und wenn ich den Akku voll geladen habe und nehmen ihn aus dem Ladegerät, lasst ihn ein bisschen ruhen, dann hat er meist dann so eine Leerlaufspannung von um die 4 Volt. Und diese 4 Volt hat man einfach genommen und hat gesagt, okay, das machen wir jetzt mal 5, haben wir 20 Volt. Das heißt, man kann den Hersteller jetzt nicht den Vorwurf machen, dass sie da im Prinzip die Unwahrheit kommunizieren. Aber es wird natürlich ein bisschen positiv dargestellt. Woher kommt das? Ja, teilweise war im nordamerikanischen Markt schon länger das so, dass die Geräte als 20 Volt verkauft worden sind und dann hat man sich irgendwie so angeglichen. Interessanterweise bei 18 Volt ist es noch relativ stabil. Bei den 10,8 Volt Geräten hat man das Gleiche gemacht. Das heißt, man hat dann auf 12 Volt gewechselt und die meisten Hersteller bezeichnen ihre 10,8 Volt Geräte, also mit drei Zellen mittlerweile als 12 Volt Geräte. Aber auch hier haben wir im Prinzip das Gleiche in Grün oder das Gleiche in Blau oder das Gleiche einfach in 12 Volt. Wenn ich nochmal zurückkomme auf diesen Akkuschrauber. Der konnte so kleine Schräubchen relativ gemächlich eindrehen. Das ist jetzt hier kein Kraftprotz im eigentlichen Sinne, aber das war natürlich ein Anfang und wenn du sonst irgendwo auf dem Gerüst gestanden hattest mit Kabel, Kabeltrommel und du musstest vielleicht nur Schrauben 3,5 mal 30 eindrehen, dann war das natürlich eine enorme Erleichterung oder auch mal ein kleines Loch bohren. Ist mit diesem Kollegen natürlich kein Problem, wenn es da auch hier und da vielleicht ein bisschen länger dauert. Viele Leute, die aber nicht so bewandert in einem Akkuthema sind, denken heute noch, naja, Akku hat Grenzen. Jeder kennt das auch noch von früher, einen Akkuschrauber, konnte es auch mit der Hand mal gut festhalten. Heute, wenn du das mit Akkuschraubern machst, der oberen Leistungsklasse, wirst du ein blaues Wunder erleben. Und blaues Wunder ist hier wörtlich zu nehmen, denn der stärkste bisher von uns getestete 18-Volt-Akkuschrauber ist der Bosch DSR18V150C. Alter! Der hat über 80 Newtonmeter weiches Drehmoment auf unserer Messapparatur gewemmst und das dürfte für die meisten Fälle deutlich mehr sein, als du jemals brauchst. Anders ist das vielleicht noch bei Anwendungen, wie zum Beispiel ein Winkelschleifer, ein 230er Winkelschleifer, also diese großen Geräte, aber auch die gibt es heute schon zuhauf mit Akkus, auch mit 18-Volt-Akkus. Oder auch hier ein Heißluftgebläse, was ja auch wirklich sehr viel Leistung zieht, auch das gibt es heutzutage mit Akku, ist natürlich jetzt kein Dauerläufer, aber um Kabel zu schrumpfen oder so, ist das wunderbar. Oder im 12-Volt-Bereich hier als Beispiel für Akkugeräte, die heutzutage auch mehr und mehr Druckluftwerkzeuge aus den Werkstätten verdrängen. Denn hier sieht man das auch so ein bisschen an der Schaltermechanik, das imitiert eigentlich so ein Druckluftwerkzeug. Ich habe jetzt im Prinzip eine kleine Viertelzollratsche, sehr handlich, ich brauche keinen Kompressor, der immer Druckluftbereithält, ich brauche keinen Druckluftschlauch hinter mir ziehen. Das Ding ist natürlich, und ich denke, das wird auch die Zukunft sein, dass mehr und mehr auch Druckluftgeräte aus den Werkstätten verdrängt werden, weil das hier viel flexibler ist. Solche Werkzeuge bis hin zu großen Abbruchhämmern wären vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, ist aber mittlerweile Realität. Es gibt da allerdings auch Ausnahmen, wie zum Beispiel hier ein Ryobi 36-Volt-Akku. Was macht man hier? Man verdoppelt einfach nochmal die Spannung, indem man einfach nicht 5 Zellen nimmt, sondern 10 Zellen. Und hier in diesem Akku dürften es 3 oder 4 Lagen parallel sein. Deswegen haben wir hier 36 Volt, 6 Amperestunden, also auch entsprechend schon Energiedichte. Wofür nimmt man das? Zum Beispiel Hochdruckreiniger von Ryobi, haben wir euch mal gezeigt, oder auch ein Rasenmäher. Aber damit läuft sowas. Wir haben auch neulich noch gezeigt, die Stiel MSA 300C, die stärkste Akkukettensäge, die es momentan am Markt gibt, mit einer vergleichbaren Leistung von 3 kW. Und das haben wir euch auch gezeigt im Vergleich mit dem Benziner. Das Ding hat richtig gut abgeliefert. Da gab es natürlich einige Zuschauer, die sagten, naja, für den Wald ist das ja noch nichts, weil hält nicht lange genug. Aber gehen wir davon aus, in ein paar Jahren haben wir schon mal die doppelte Kapazität am Akku. Da kannst du im Prinzip relativ sicher sein. Und wer weiß, was es in 20 Jahren ist, da haben wir vielleicht die 4- oder 5-fache Kapazität. Sprechen wir uns in 20 Jahren mal. Was dann ist, da können wir nochmal ein Follow-up auf dieses Video machen. Aber ich bin mir sicher, da geht noch einiges und es wird richtig spannend in Zukunft. Andere Beispiele für höhere Spannungslagen wären dann zum Beispiel noch hier Hikoki. Die haben einen Akku, der auch 36 Volt liefern kann. Dann hat er aber nur noch die Hälfte an Ampere-Stunden, weil ich habe im Prinzip dann die Reihen nicht mehr parallel geschaltet, sondern schalte die komplett in Serie. Damit verdoppel ich eben die Spannung. Oder hier D-Walt, die machen es aber noch anders. Die haben entweder einen dreireihigen Akku mit 18 Volt oder einen Akku mit 54 Volt. Und dann eben aber drei Reihen nicht parallel, sondern drei Reihen in Reihe geschaltet. Reihen in Reihe oder Reihen in Serie. Die Frage ist, warum macht man das? Kann man dann mehr Leistung rauskitzeln? Theoretisch ja, denn je höher die Spannung ist, desto geringer fallen die Ströme aus, also die Ampere, die da fließen. Desto geringer müssen die Kabelgewehrschnitte sein, desto geringer ist die Anforderung an die ganze Leistungselektronik. Verlustleistung wird reduziert. Aber in der Zwischenzeit haben sich die Hersteller, die auf 18 Volt setzen, wie zum Beispiel Metabo, Milwaukee oder auch Bosch, wirklich auch Gedanken gemacht und haben viel in die Entwicklung gesteckt. Und mittlerweile hast du auch 18 Volt Geräte, die so in dem Bereich um 2 kW liegen. Entsprechend bist du im normalen Akku-Werkzeugbereich eigentlich gar nicht mehr in der Lage, dass du sagst, ich brauche unbedingt jetzt höhere Spannungslagen und kann es dich vielleicht freuen, wenn du weiterhin die Kompatibilität von einem 18 Volt System hast. Apropos Kompatibilität, ihr habt es vielleicht gehört, mittlerweile gibt es ja die Diskussion, dass demnächst alle Handys mit gleichen Ladekabeln kommen müssen, nämlich USB-Typ C als Standard, halte ich für sehr sinnvoll, erleichtert das Leben natürlich auch ungemein. Und da steht natürlich die Frage, warum gibt es nicht ein Akkusystem, auf das sich die meisten Hersteller einigen, würde ja vieles einfacher machen. Es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe, dass der erste Grund, und das ist glaube ich auch der maßgebliche, ist, dass sich jeder Hersteller so ein bisschen sein eigenes Ökosystem aufbauen will und quasi so eine Gated Community macht, so ein Login. Das heißt, wenn du jetzt einmal Bosch Blau, wenn du einmal Metabo kaufst, dann bleibst du auch in der Regel dabei, weil du willst nicht verschiedenste Systeme haben. Das andere ist aus meiner Sicht aber auch tatsächlich, dass es natürlich nicht nur diese Schnittstelle gibt, sondern es gibt auch die ganze Technologie, wie sind die Akkus verbaut, was ist die Ladetechnologie, welche Ströme, die Leistungselektronik in den Geräten. Das heißt, es ist im Vergleich zu einem Handyladekabel, wo ich einfach dann auch mechanisch eher so eine Steckverbindung habe, ist hier noch wesentlich mehr drin und entsprechend ist das schon nachvollziehbar, dass nicht alle jetzt quasi mit dem gleichen Wasser kochen. Was es allerdings gibt, sind Akkuallianzen und ich habe hier das Beispiel Metabo, die nennen sich CAS-System. Es steht für Cortland's Alliance System und ich sehe jetzt hier einen Metabo-Akku und ich sehe jetzt hier einen Akku, wo Steinl draufsteht. Im Prinzip sind die Akkus komplett gleich. Steinl ist aber jetzt ein Anbieter, der zum Beispiel Heißluftpistolen oder Heißklebepistolen macht. Habe ich euch neulich noch ein sehr interessantes Video gezeigt, das kann ich aber oben nochmal verlinken. Und da denkt man, wunderbar, jetzt haben wir ein System für alles, aber die Systempartner sind da schon wohlwissend gewählt, dass sie sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben. Das heißt, Steinl macht Heißluft, macht Heißkleben, aber macht jetzt kein Vollsortiment wie Winkelschleifer etc. pp., was jetzt zum Beispiel ein Metabo macht. Es gibt auch so eine Akkuallianz beim Bosch-System. Da geht es aber auch wiederum in den Bereich, zum Beispiel hat Klauke Kabelscheren oder Kabelpresswerkzeug, Krimpwerkzeuge, die laufen dann mit einem Bosch-Akku. Gleichzeitig aber Klauke macht jetzt keine Akkuschrauber und Bosch wiederum macht in seinem Sortiment jetzt keine Kabelkrimpwerkzeuge, sodass da jeder noch seinen eigenen Bereich hat. Wo es dann vielleicht eher ein Fragezeichen gibt, ist zum Beispiel hier ein 10,8 Volt oder 12 Volt Akku von Bosch Professional, also Bosch Blau. Und hier habe ich im Prinzip die gleiche Spannungsklasse von Bosch Grün. und die sehen sogar relativ ähnlich aus, aber sie sind nicht kompatibel. Hier und da gibt es so ein paar Kniffe, wo man irgendwo so eine Nase hier mal wegklipsen kann und dann passt das. Aber hier, denke ich mal, liegt es einfach auch an vertriebspolitischen Gesichtspunkten. Vielleicht sind hier die Zellen auch anders selektiert als bei den Professional-Batterien. Ich glaube nicht, dass sich da in Zukunft was tun wird. Das wäre natürlich schön, aber wie gesagt, es gibt teilweise auch wirkliche Gründe, die nachvollziehbar sind. Beim Thema Kompatibilität von den Akkus gibt es natürlich auch noch eine Frage, die sich viele stellen. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt ein Akkusystem, ein Ökosystem mir zuliege, wie zukunftssicher bin ich da? Da kann man natürlich immer nur schwer sagen, naja, das wird die nächsten 20 Jahre alles kompatibel sein. Aber wenn man mal zurückschaut, dann haben natürlich die Hersteller auch selber ein Interesse, dass sie nicht jetzt alle Jubeljahre ein neues System auf den Markt bringen. Und der Kunde steht dann da und kann alles neu kaufen. Das wäre wahrscheinlich für die Kundenbindung nicht besonders. Bei den Herstellern wie Metabo, bei Bosch, auch bei Milwaukee ist es aber so, dass das schon relativ lange im selben System ist. Als Beispiel, ich habe hier einen Lithium-Ionen-Akku von Bosch, der ist schon relativ alt. 2 Amperestunden ist noch alte Zelltechnologie und hier habe ich einen 8 Amperestunden Procore-Akku. Die sind absolut kompatibel. Das heißt, ich kann jedes Bosch-Gerät im Prinzip mit diesem Akku auch betreiben. Aber je mehr Kapazität ich habe oder je mehr Reihen ich habe, desto höher ist eigentlich auch die maximale Leistung als Faustformel. Es ist nicht immer so. Es gab zum Beispiel von Bosch einen 6 Amperestunden Akku. Der hatte aber Zellen, die wirklich nicht viel Spitzenströme abgeben konnten. Und wenn man zum Beispiel einen Winkelschleifer genommen hat, dann ist der Akku wirklich sehr warm geworden, weil der Akku im Prinzip wirklich gestresst wurde. Und wenn man dann einen Procore-Akku genommen hat, dann ist der Akku komplett kühl geblieben, weil der Akku gar nicht so ausgereizt wurde. Wenn ich jetzt aber beispielsweise eine Kappsäge habe, bin auf der Baustelle und muss noch irgendwie zwei Dachlatten schneiden und der ist empty und ich hätte hier noch einen im Auto, dann könnte ich den tatsächlich nehmen. Der würde schon den Job machen, aber entsprechend mit weniger Leistung und das ist auch nicht die Anwendung dafür. Und die Hersteller sagen dann im Regelfall auch schon bei Maschinen, die wirklich in ganz neue Leistungsklassen vorstoßen. Zum Beispiel bei Bosch ist das B-Turbo. Milwaukee hat ja auch Geräte, Kettensägen, große Handkreissägen, die in den Bereich 2 kW gehen. Da wird auch immer darauf hingewiesen, Achtung, mindestens ein zweireihiger Akku, wenn nicht sogar ein dreireihiger Akku, wie zum Beispiel hier 12 Amperestunden, da sind wirklich drei Reihen drin, 21 700er Zellen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Zelle eine Dauerleistung liefern kann von 40 Ampere, dann haben wir hier Spitzenströme von 120 Ampere. Vielleicht mit ein bisschen Reserve, wenn wir so um die 100 Ampere von ausgehen. Aber 100 Ampere, 18 Volt, in Watt ausgerechnet sind dann schon 1800 Watt. Kurzzeitlich gibt es wie gesagt auch Spitzen, aber das haben wir euch auch schon öfter gezeigt, zum Beispiel bei Kettensägen, dass hier richtig Ivan im Ärmel ist. Aber jedem Tierchen sein Pläsirchen und entsprechend sollte natürlich auch jeder Akku im Prinzip seinen Anwendungsfall haben. Diese 12er sind eigentlich dafür da, entweder ich habe eine Maschine, die absolut die Leistung braucht, oder ich habe eine Maschine, die so halbstationär ist, wie zum Beispiel eine Kappsäge. Da kommt es mir darauf an, okay, möglichst lange Ausdauer, aber das Gewicht ist nicht so entscheidend. Aber wenn ich jetzt einen Akkuschrauber hätte, wäre es natürlich ein bisschen unvernünftig, mit sowas hier zu arbeiten. Klar, würde im Notfall gehen, aber Akkuschrauber können diese maximale Leistung hier eigentlich auch nicht umsetzen. Da bist du in der Regel auch schon hier mit so einem einreihigen Akku gut bedient und sparst natürlich eine Menge Gewicht. Da auch nochmal der Hinweis, nur weil der Akku theoretisch mehr Leistung liefern kann, heißt das nicht immer, dass das Gerät dann auch deutlich mehr Leistung umsetzt. In der Regel ist da schon was dran. Es gibt auch eindrucksvolle Beispiele, wenn ihr zum Beispiel mal einen 12-Volt-Akkuschrauber habt, so einen GSR12, und benutzt den mit einem älteren Akku, 2 Ampere schon Akku, und macht dann mal einen 6er rein. Der hat nämlich zwei rein, dann zieht der auch eine 120er Tellerkopfschraube noch relativ dezent rein. Beim kleinen Akku schafft er das dann nicht, dann gibt der dann auf. Das ist einfach die Sache, dass der Akkuschrauber dann schon die höheren Ströme, die der Akku liefern kann, auch verarbeiten kann. Aber es ist nicht die Regel. Als Beispiel, wenn ich jetzt so einen Akku in einen Baustrahler reinsetze, dann strahlt der auch nicht heller, als wenn ich jetzt nur einen kleinen Akku hätte. Aber natürlich hält der Baustrahler dann länger. Das heißt, auch da kann es dann wieder Sinn machen. Also der Zweck halte ich die Mittel. Ihr müsst euch immer angucken, was habt ihr für einen Anwendungsfall, was ist der perfekte Akku dafür. Und dann gibt es noch was bei Akkus. Denn anders als beim Sonntagsfrühstück ist nicht immer da Nutella drin, wo es auch draufsteht. Und als Beispiel, dieser Akku steht drauf, 5,5 Amperestunden pro Core-Akku. Dieser Akku ist bezeichnet mit 8 Amperestunden. Wenn man die Akkus mal im Vergleich sieht, die sind genau gleich. Die wiegen auch gleich viel. Sind da jetzt andere Zellen dran? Auch das ist nicht der Fall. Wir haben hier einen Akku. Das hat nämlich der Michael von Bosch neulich erklärt, als er bei uns zu Gast war. Dieser Akku ist im Prinzip intern gedrosselt. Damit ist die Energiedichte geringer, nämlich unter 100 Wattstunden. Denn ab 100 Wattstunden gelten andere Verordnungen für den Transport, Gefahrgut, Handling etc. pp. Und das ist einfach der Deal, dass man diesen Akku im Prinzip kastriert hat. Aber trotzdem kann er noch so viel Strom liefern. Im Regelfall dürfte er dann aber auch länger halten. Denn, das ist das nächste Thema, Haltbarkeit von so Akkus und Laden. Und warum der 5.5er Akku dann eventuell länger hält als der 8er, da kommen wir gleich noch dazu. Aber bevor wir einen Akku nutzen können, müssen wir ihn erstmal aufladen. Und da ist das Thema Laden, Ladegerät natürlich auch sehr spannend. Da auch nochmal der Hinweis auf mein Video, auf mein React zum Test der Stiftung Warentest über Akkus für Werkzeuge. Ich hatte damals ein bisschen Puls, weil Makita mit Mangelhaft abgewertet wurde. Weil die Makita Akkus eine Zyklenzahl von, ich glaube es waren so um die 300, teilweise nicht geschafft haben. Während andere das eben dann doch geschafft haben. Damit hat Stiftung Warentest gesagt, okay die Dauerhaltbarkeitsprüfung ist nicht bestanden, mangelhaft. Aber da ist ja die Frage, woran liegt das denn? Ob jetzt ein Akku länger hält oder eben nicht so lange hält. Und da gibt es mehrere Faktoren. Zum einen ist es wie bei fast allem, wie zum Beispiel auch beim Auto. Wenn ich mit dem Auto die ganze Zeit nur 250 über die Bahn fege, dann muss ich davon ausgehen, dass der Motor vielleicht nicht ganz so lange hält, als wenn ich jetzt normales Nutzungsszenario habe. Auch da gibt es natürlich wiederum Parallelen, wenn ich den Motor zu sehr belasse, wenn er noch kalt ist, dient auch nicht so der Dauerhaltbarkeit. Und genauso ist es im Prinzip auch so beim Akku. Wenn ich jetzt eine Anwendung habe, und das war so ein bisschen die Krux beim Test der Stiftung Warentest, die haben nämlich offensichtlich einen Makita Akku mit dem Makita Ladegerät geladen, mit einem Schnellladegerät, was wirklich den Akku sehr schnell lädt. Und je schneller ich einen Akku lade, desto mehr belaste ich ihn, desto mehr geht es auf die Lebensdauer. Umgekehrt geht es auf die Lebensdauer, wenn ich den Akku wirklich stresse beim Entladen. Und was man da wohl gemacht hat, ist ein Laubpuster. Das heißt, man hat die Akkus geladen, hat den dann in den Laubbläser gesteckt, bis er leer war, hat den dann wieder geladen und so weiter. Und dann habe ich einfach mal geguckt, okay, der kleinste Makita Laubbläser hat schon mindestens die dreifache Leistung, also die dreifache Strommenge, die er aus dem Akku zieht, wie ein Laubbläser von Einel oder ich glaube, es war auch ein Parkside dabei. Und da ist natürlich klar, dass der Akku deutlich mehr gestresst wird. Wenn er dann auch noch deutlich schneller geladen wird, dann hält er nicht so lange. Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen auch das Problem, wie viele Zyklen schafft denn so ein Akku? Die Hersteller geben da oftmals gar keine Werte an. Es gibt natürlich Zellhersteller, die sagen, okay, unser Akku ist in den und den Nutzungsszenarien für tausend Zyklen gut. Aber für einen Elektrowerkzeughersteller ist das schwierig, denn der weiß ja gar nicht, wird der Akku jetzt ganz schon in so einer kleinen LED-Lampe entladen? Oder ist zum Beispiel ein Winkelschleifer, der wirklich jetzt Schweißnähte schrubbt, bis der Akku leer ist, das heißt hohe Belastungen, da sind ja ruckzuck tausend Watt erreicht oder mehr. Dann auch unter Dauerlast, das heißt der Akku wird unheimlich gestresst, kann auch zwischendurch gar nicht abkühlen. Oder habe ich auch vielleicht einen Akkuschrauber, wo ich hier und da mal zehn Schrauben, dann lege ich den wieder weg, dann säge ich ein Brett, dann gibt es wieder zehn Schrauben. Das ist ja für so einen Akku auch relativ gemütlich und vor allen Dingen hat ein Akkuschrauber in der Regel auch nicht so krasse hohe Leistung. Entsprechend kann das natürlich sein, dass so ein Akku dann vielleicht nach 150, 200 Zyklen schon sagt, goodbye my love, goodbye oder vielleicht hält er auch 600, 700 Zyklen. Da ist aber noch ein weiterer Faktor bei der Lebensdauerbestimmung, denn ich habe zwei Angaben, einmal die Zyklen-Lebensdauer und dann die kalendarische Lebensdauer. Denn ich habe ja einen Akku und in einem Akku laufen chemische Prozesse, das heißt da ist immer ein bisschen Leben drin, selbst wenn der bei dir im Regal oder im Schrank liegt. Und dieser unsichtbare Verschleiß ist höher, je höher die Spannungslage in dem Akku ist. Das heißt, je höher der geladen ist, desto mehr ist er los in der Zellchemie. Und entsprechend sollte man den Akku, wenn man ihn dann wirklich längere Zeit einlagert, also ich sage jetzt mal wirklich zwei, drei, vier Wochen, sollte man ihn so zwischen 40 und 60 Prozent laden. Wenn der Akku vollgeladen ist, sollte man ihn nicht unbedingt jetzt einlagern. Könnt ihr auch sehen, im Regelfall, wenn ihr einen Akku kauft, dann ist der nie vollgeladen. Wenn der Akku vollgeladen ist, ist das vielleicht ein Indiz, dass ihr einen Rückläufer hattet oder so, der schon mal irgendwie in Gebrauch war. Aber wie gesagt, Faustformel, wenn ihr lagert, nicht vollladen. Wenn ihr den Akku aber jetzt dauernd gebraucht, zum Beispiel, weil ihr Handwerker seid und jede Woche on Tour, dann ist das Thema Lagerungsspannung eigentlich irrelevant. Denn ihr wollt einfach einen Akku haben, der immer da ist, der immer am Start ist, 100 Prozent Leistung, wenn man sie braucht. Da ist eigentlich nur das Thema, wie viel Zyklen schafft der Akku. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, es ist die Temperatur. Denn am wohlsten fühlt sich ein Akku bei einer Lagertemperatur zwischen 5 und 15 Grad. Raumtemperatur ist natürlich auch völlig okay, wir reden hier vom Optimum. Heißt aber auch, wenn ihr eine Werkstatt habt, die unbeheizt ist im Winter, dann solltet ihr die Akkus vielleicht nicht in der Werkstatt laden. Denn auf der einen Seite, Lagerung ist so eine Sache, aber wenn ein Akku beispielsweise 10 Grad unter 0 Kerntemperatur hat, dann sollte man die nicht mehr wirklich belasten. Faustformel ist so minus 10 Grad, vielleicht noch 30 Prozent der maximalen Belastung. Kann man so ein bisschen mitspielen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Akkuschrauber, dann nehme ich einen großen Akku. Weil der ist ja von der Belastung dann entsprechend geringer, als wenn ich jetzt hier so einen kleinen hätte. Der ist dann schon eher am Limit. Tut dem Akku, wie gesagt, nicht gut, weil das ist ein flüssiges Elektrolyt. Da müssen ja die Elektronen hin und her wandern. Und wenn das zu kalt ist, dann sind die auch ein bisschen träge, die Burschen in der Batterie. Und dann läuft das alles nicht so. Ist wie ein Automotor, ist wie ihr, wenn ihr Sport macht, erstmal ein bisschen auf Temperatur kommen. Und dann läuft das auch. Aber was auf Kälte zutrifft, gilt auch so ein bisschen für die Temperatur im oberen Bereich. Wobei, ein Akku kann ruhig warm werden. Ein Akku fühlt sich sogar bei so einer Temperatur meist so um die 40 Grad pudelwohl. Da kann der richtig Leistung rausschießen. Wer zum Beispiel von euch Elektroauto fährt, der kennt natürlich das Problem. Im Winter ist die Leistung, die Reichweite nicht ganz so gut. Und wenn du zum Beispiel einen Tesla fährst, zum Beispiel das neue Model S. Das hat extra so einen super Performance-Modus. Da werden die Akkus erstmal richtig aufgeheizt, damit das Gerät dann in unter drei Sekunden dich auf 100 scheppert. Weil dann entsprechend die Leistung voll abrufbar ist. Das gleiche gilt dann auch fürs Laden. Und da ist es teilweise noch viel kritischer. Denn wenn ein Akku wirklich aus dem Gerät kommt, richtig belastet wurde, richtig heiß ist. Und ihr steckt den dann ins Ladegerät. Werdet ihr feststellen, dass zumindest wenn es ein ordentliches Ladegerät ist, das Ladegerät sagt, no, ist nicht. Ich lade nicht. Dann blinkt das erstmal. Oft habt ihr dann aber schon einen Lüfter, der den Akku jetzt runterkühlt. Und dann fängt das mehr oder weniger langsam an. Oder es dauert, bis es, sag ich mal, der Akku 40 Grad hat. Und erst dann fängt es überhaupt an. Da gibt es verschiedene Strategien, je nach Hersteller. Denn einen heißen Akku kannst du nicht laden. Das würde den Akku dann auch entsprechend wirklich stressen. Deswegen auch schon mal der Tipp, wenn ihr mehrere Akkus habt, ihr seid auf der Baustelle, ihr müsst sie nicht sofort laden. Lasst ihn ruhig erstmal ein bisschen auskühlen. Das freut den Akku dann, weil dann kann er in seinem Wohlfühlbereich auch geladen werden. Die andere Nummer ist, wenn es jetzt im Winter wirklich saukalt ist auf der Baustelle, ihr habt Minusgrade, dann ist in der Regel ein Laden gar nicht möglich. Weil ein Entladen des Akkus bei Minustemperaturen ist noch eine Sache. Die ist noch einigermaßen machbar. Wenn du einen Akku bei minus 10 Grad wirklich voll laden würdest, würdest du ihn zerstören, weil die Spannung gar nicht umgesetzt werden kann. Aufgrund der Trägheit der ganzen Prozessketten, die da im Akku stattfinden. Das heißt, wenn ihr im Winter wirklich auf der Baustelle arbeiten müsst, überlegt euch, wie ihr den Akku entsprechend gut temperieren könnt. Notfalls müsst ihr den im Prinzip die ganze Zeit vielleicht im Fahrgastraum haben, wenn ihr einen Transporter habt, wo das hinten nicht beheizt ist. Oder was auch natürlich geht, irgendwo so ein Thermopack, was den Akku noch warm hält von zu Hause. Oder es gibt ja auch relativ preiswerte Kühlboxen, wo du auch Sachen warm halten kannst. Das würde dann auch gehen. Es wird auf jeden Fall gedankt, denn der Akku hält dann länger. Aber da muss natürlich auch jeder selber entscheiden. Wenn ich jetzt einen Job habe auf der Baustelle, der viel Geld bringt oder auch viel Geld kostet, wenn er nicht rechtzeitig fertig wird. Und ich weiß, wenn ich den Akku jetzt überstrapaziere, dann ist der vielleicht nach 10 Mal kaputt. Akku ist bezahlbar. Wenn ich nachher irgendwie die Baustelle nicht fertig kriege, habe ich auch nichts gewonnen. Entsprechend muss man immer selber entscheiden. Genauso ist es ja mit dem Schnellladen. Da vielleicht auch noch der Tipp, je schneller ihr den Akku ladet, desto geringer ist die Lebensdauer. Das heißt, ich habe euch zum Beispiel schon mal empfohlen, wenn ihr jetzt einen Schnelllader habt für unterwegs auf der Baustelle, während ihr arbeitet, alles wunderbar. Aber wenn ihr dann zum Beispiel in der Werkstatt seid und ihr sagt, naja, der Akku reicht, wenn er über Nacht geladen wird. Es kommt jetzt auf zwei, drei Stunden überhaupt nicht an. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie dieses hier. Einfaches Bosch-Ladegerät. Kann sogar zwei Akkus laden, lädt aber auch nur relativ langsam. Nur der Akku wird geschont, er dankt es euch mit entsprechend höherer Lebensdauer. Dann gibt es noch zum Thema Zyklen auch oft ein Missverständnis. Was ist überhaupt ein Zyklus? Und ein Zyklus hängt im Prinzip zusammen mit dem Entlade- oder Ladehub. Das heißt, wenn ich einen Akku habe, den nehme ich mit 30% aus dem Akkuschrauber raus, lade ihn dann bis 80%. Dann habe ich nur 40%. Ein kompletter Zyklus ist aber komplett leer bis komplett voll. Das heißt, wenn ich den Akku jetzt dreimal geladen habe auf der Baustelle, obwohl der gar nicht leer war, dann habe ich vielleicht einen Zyklus nur verbraucht und muss dann nicht entsprechend Sorge haben, dass der Akku vorzeitig die Grätsche macht. Das beantwortet so ein bisschen auch die Frage, ob es schädlich ist, wenn ich den Akku zwischendurch in der Mittagspause nochmal lade. Im Prinzip nicht. Aber wenn ich den Akku nicht ganz voll lade, dann habe ich zumindest theoretisch auch etwas mehr Lebensdauer. Elektroautofahrer kennen das natürlich auch. Zwar sind die Akkus vom Werk aus schon so, dass die Bruttokapazität nicht die Netto-Kapazität ist. Das heißt, wenn ihr den Akku bis 100% ladet, um mehr Reichweite zu haben, dann macht ihr jetzt auch nicht dem Akku richtig Stress. Aber wenn ihr sagt, ich brauche diese 100% gar nicht, dann tut ihr gut damit, einfach nur bis 80% zu laden. Es gibt auch Ladegeräte, wie zum Beispiel von Bosch oder auch, habe ich euch neulich gezeigt, von Parkside. Sehr schönes Gerät, was man sich echt super konfigurieren kann. Dann nochmal ein Kompliment an die Kollegen von Parkside und ein kleiner Seitenhieb auf alle anderen Hersteller, die das so noch nicht umgesetzt haben. Man kann dort wirklich sagen, okay, lad den Akku nur bis 60%, reicht mir. Ich möchte einfach mehr Lebensdauer haben. Ein kleiner Exot in dem Bereich, das einhält, die haben nämlich einen Akku, den kann ich umswitchen auf 6 Amperestunden und auf 4 Amperestunden, meine ich jetzt. Entsprechend einfach mehr Ausdauer oder mehr Lebensdauer, finde ich an sich auch eine clevere Sache. Und da ich gerade über das Thema Ladegeschwindigkeiten auch gesprochen habe, es wird oft ein Ladegerät verkauft, wo dann Schnelllader dran steht. Das ist im Prinzip auch nicht normiert, was ist Schnellladen. Das hängt natürlich immer ab davon, was der Akku kann. Als Kennziffer kann man die C-Rate nennen. Die C-Rate ist im Prinzip die Lade- oder Entladerate in Relation zu der Kapazität in Amperestunden. Das heißt, wenn ich einen Akku habe, wie zum Beispiel hier diesen mit 8 Amperestunden und ich hätte eine C-Rate von 1, dann würde ich diesen Akku mit 8 Amper Ladestrom laden. Und das war zumindest früher schon so als Schnellladen geläufig. Gehen wir mal das mal aus, der Akku wäre komplett leer, rein theoretisch, und ich würde jetzt mit 8 Amper Ladestrom hier vollladen, dann wäre das theoretisch in einer Stunde geschafft. Aber die Theorie stimmt so nicht, denn ich kann zwar relativ lang mit dieser maximalen Spannung laden, aber zum Ende fällt die Ladespannung dann auch ab. Das ist immer noch deutlich besser als bei so einer Bleisäurebatterie. Da habe ich noch ganz andere Ladekurven. Das heißt, ich kann hier schon relativ viel reinpumpen, aber es gibt ja auch Ladegeräte, wie auch zum Beispiel das von Bosch, das so einen Powerboost-Modus hat und dann lädt er auch so einen Akku mit 16 Ampere, allerdings nicht bis zum Schluss, aus Gründen der Schonung des Akkus. Und 16 Ampere wären ja jetzt hier 2C. Wenn man mal im Elektroauto-Bereich guckt, zum Beispiel so ein Tesla Model 3, das lädt im Anfangsbereich, wenn der Akku also noch im unteren Bereich ist, mit bis zu 250 kW. Der Akku hat so um die 80 kW Kapazität, das heißt, dann sind wir schon bei einer Laderate so um die 3C. Und noch krasser wird es im Modellbaubereich, wenn die Leute irgendwie mit ihren RC-Cars an der Rennstrecke sitzen, da wird dann richtig reingepumpt, da brauchst du richtig Lade-Equipment. Da sind wir hier aber natürlich mit ganz anderen Vorzeichen unterwegs. Erstens haben wir hier eine andere Akkutechnologie. Wir haben nicht Lithium-Polymer-Akkus und bei dem Modellbau kommt es natürlich auch darauf an, das Ding muss einfach rennen, das Ding muss maximale Leistung haben und da ist die Lebensdauer nicht so wichtig. Damit aber solche hohen Ladeströme überhaupt handelbar sind, auch für den Akku, für das Thermomanagement, sind diese Ladegeräte auch eigentlich immer aktiv gekühlt. Wenn man sich heutzutage auch mal die Akkus hier anguckt, die haben alle hier irgendwelche Kühlrippen oder auch Lüftungsschlitze, wo dann auch aktiv Kühlluft reingeblasen wird, dass der Akku wirklich in einem gesunden Thermofenster noch ist, wenn er hier vollgepumpt wird. Und da gibt es nämlich noch was beim Laden, was man beachten muss, und zwar, dass Lithium-Akkus relativ empfindlich sind, wenn sie überladen werden. Das heißt, im Regelfall bei 4,2 Volt, wenn ich da drüber gehe, dann ist so ein Akku irreparabel geschädigt. Ein bisschen Toleranz habe ich vielleicht noch, aber der ist dann kaputt. Und das Blöde ist natürlich, wenn ich jetzt hier in diesem Falle 10 Einzelzellen habe und eine davon ist kaputt, dann ist der Akku auch defekt. Da ist die Frage, wie oft passiert so was? Ich kann einfach nur von uns sprechen. Wir haben natürlich jetzt hier ohne Ende Akku-Werkzeuge, Testgeräte und natürlich, wie man sieht, auch sehr viele Akkus. In all den Jahren sind mir vielleicht 10 Akkus untergekommen, die kaputt gegangen sind. Das war aber dann auch oft von jetzt auf gleich. Auf einmal blinkt der. Und warum macht er das? In der Regel haben diese Akkus eine Platine, eine Elektronik, die schon eine Einzelzellenüberwachung hat. Das ist nicht unbedingt zum Thema Balancen. Beim Modellbau-Akku habe ich einen Balancer-Stecker, dass auch jeder Akku genau geladen wird zum Schluss, dass die alle komplett gleich sind und keinen sogenannten Zelldrift haben. Bei Werkzeug-Akkus ist es im Prinzip nicht so. Die werden im Regelfall, es gibt natürlich die eine oder andere Ausnahme, nicht balanciert. Es wird aber darauf geguckt, dass keine Zelle überladen wird. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird das Laden abgebrochen. Das Gleiche ist auch beim Entladen. Und im Regelfall haben wir hier eine Elektronik, die den Akku auch selber irgendwann quasi vom Netz nimmt. Es gibt auch teilweise Kommunikationsleitungen, wo dann die Maschine sich abschaltet. Dann merkst du als Anwender, okay, Maschine geht nicht mehr. Vielleicht hat er aber noch 16,5 Volt. Und wenn du den jetzt einzeln irgendwo hier kontaktierst, dann würde der noch weiterlaufen und würde vielleicht erst bei 15 Volt abschalten. Die kritische Unterspannung für einen Lithium-Akku oder für eine Lithium-Zelle ist so 2,5 Volt. Danach ist dann wirklich Schluss mit lustig. Danach ist die kaputt in der Regel. Die Ladeschlussspannung hatte ich ja eingangs schon erwähnt, 4,2 Volt. Es gibt zum Beispiel Hersteller, ich glaube Bosch macht das auch so, die haben eine Ladeschlussspannung von 4,15 Volt. Der Kapazitätsverlust dabei ist relativ gering, aber die Lebensdauer steigt natürlich deutlich. Beispiel auch, ich habe ja im Wohnwagenprojekt, verlinke ich gerade mal oben, Lithium-Ionen-Batterien auch verbaut. Und zwar so richtig dicke Dinger, 100 Amperestunden, 24 Volt, sechs Stück davon. Die kann ich zwar auch komplett entladen, aber es wird auch in den Datenblättern angegeben, wenn ich die nur zu 50 Prozent entlade, dann habe ich direkt ein paar tausend Zyklen mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, 50 Prozent, dann habe ich ja keinen Vorteil. Nein, ich kann die natürlich auch ohne Probleme noch wesentlich tiefer entladen, im Prinzip fast auf Null. Und da ist wiederum der Unterschied zu der Autobatterie, denn wenn ich das ein paar Mal damit mache, dann ist die wirklich kaputt. Eine Lithiumzelle, wenn sie denn ein gutes Batteriemanagementsystem hat, die nimmt keinen dauernden Schaden, hält vielleicht dann etwas weniger. Und da sind wir wieder beim Thema, Lebensdauervorhersagen ist schwierig, es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Vielleicht so als kleiner Praxistipp, nudeln euren Akkuschrauber nicht aus. Wenn ihr merkt, der wird jetzt langsamer, dann steckt den Akku einfach wieder ins Ladegerät und wartet nicht, bis die Maschine den Akku quasi abschaltet. Und umgekehrt könnt ihr natürlich auch einfach sagen, ich lade den Akku nicht immer komplett voll. 80 Prozent reicht auch. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Festool-Akkus, die werden als voll angezeigt, hatten aber eigentlich erst 80 Prozent. Merkt man im normalen Betrieb gar nicht, aber Akku hält deutlich länger. Das sollte man einfach wissen, wenn es um das Thema Lebensdauer geht. Im Prinzip wie beim Auto, wie bei allen, wie bei Reifenverschleiß, wenn ich Leistung abfordere, dann geht das zulasten der Lebensdauer. Dementsprechend klärt sich auch so ein bisschen die Frage, ist es schädlich, wenn ich den Akku bei 100 Prozent im Ladegerät drin lasse? In der Regel nicht, aber es tut ihm auch nicht besonders gut. Vielleicht abschließend noch bei allem, was das Thema Lebensdauer anbelangt. Und das ist auch so ein bisschen wieder die Parallele zur Elektromobilität. Wenn Leute dann sagen, naja, 1000 Zyklen und dann ist der Akkuschrott, naja, dann ist das Auto ja nach ein paar Jahren, kann ich es wegschmeißen. Wenn ihr wirklich 1000 Vollzyklen drauf haben solltet auf so einem Akku oder noch mehr Zyklen, dann habt ihr so viele Kilometer, dann ist meistens die Batterie oder der Akku gar nicht mehr so das Problem. Und je nachdem, wenn ihr jetzt ein Profi seid, ihr das Gerät wirklich dreimal komplett durchlädt pro Tag, dann kommt ihr sicherlich in so einen Bereich, wo der Akku irgendwie nach zwei, drei Jahren, vielleicht auch länger oder früher kaputt ist und ausgetauscht werden muss. Aber wenn ihr jetzt ein Anwender seid, vielleicht zum Beispiel nur privat in der Werkstatt, dann werdet ihr an diese Zyklen-Dauer eigentlich gar nicht rankommen. Dann wird der Akku irgendwann das Zeitliche segnen. Letztendlich hält also ein Akku doch relativ lange. Und wenn er dann mal kaputt ist, so ein Akku kostet in der Regel auch nicht die Welt, je nachdem, wo ihr den kauft. Was ich öfter unter den Videos lese, ist auch die Frage nach Nachbau-Akkus. Es gibt ja quasi Imitate, Makita gibt es eine ganze Reihe, Bosch auch. Haben wir uns auch schon mal bestellt. Ich kann aber dazu eigentlich nicht raten. Nicht, weil ich nicht denke, man könnte mal ein Schnäppchen machen. Kann man sicherlich. Und wenn du Glück hast und es sind die richtigen Zellen drin, dann kann das ganz gut sein. Aber das Problem ist, du hast in der Regel keine Garantie. Und natürlich hat dieser Nachbauhersteller auch nicht den Anspruch, diese Qualität langfristig zu liefern. Bei den Markenherstellern ist es in der Regel so, dass so ein Akkupack auch schon selektierte Zellen hat. Dass das auch alles passt, dass du nicht einen zu hohen Zelldrift hast. Bei diesen Nachbau-Akkus weiß man das nicht so. Es kann aber auch noch schlimmer sein, dass zum Beispiel diese Schutzelektronik, die in so einem Serienakku sind und die den Akku davor bewahren, dass er irgendwann hochgeht, in den Rauch aufgeht, weil er überlastet ist oder weil vielleicht eine Zelle einen Zellenschluss hat oder sowas. Die sind dort oft gar nicht verbaut. Und dieses Risiko würde ich nicht eingehen. Vor allen Dingen, du sparst natürlich jetzt auch nicht so brutal viel Geld, selbst wenn er nur die Hälfte kostet. Aber wenn das Ding nicht funktioniert, wenn das Ding dir Probleme macht, vielleicht eine Maschine kaputt geht, gut, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber du kannst einfach Stress mit dem Akku haben und keine Freude. Geschweige denn, die Leistung ist, machen wir auch nicht da. Spart euch den Stress. Ich habe bisher keine guten Erfahrungen mitgemacht. Und ich möchte ja dann damit arbeiten und mich nicht ärgern, weil ich dann vielleicht 20, 30 Euro gespart habe. Was ich euch schon mal gezeigt habe in der Reihe smarte Werkzeuge, sind so Akkuadapter. Die verlinke ich euch nochmal unten in der Beschreibung. Das ist zum Beispiel ein Adapter, wo ich einen Dewalt Akku in ein Ryobi Gerät reinbekomme. Jetzt musst du das so ein bisschen relativieren. Wenn es eine Kommunikation zwischen der Maschine und dem Akku gibt, dann wird die in der Regel hier nicht funktionieren. Denn du siehst auch hier, du hast einfach nur zwei Leitungen. Hier ist keine Kommunikationsleitung, nichts mit Übertemperatur. Das heißt, hier bist du wirklich auf Gedeih und Verderb angewiesen, dass der Akku irgendwann sagt, okay, ich möchte nicht mehr und schaltet ab. Das im Hinterkopf behalten, kann man vielleicht auch ein bisschen mit Köpfchen arbeiten, sagen, okay, ich mache den Akku jetzt nicht leer. Aber es gibt natürlich Gründe, zum Beispiel, dass du sagst, ich habe jetzt ein Dewalt System oder ein Makita oder ein Milwaukee System, aber Ryobi hat so einen coolen Kompressor oder eine Heißklebepistole, die ich gerne hätte. Dann kannst du das aus meiner Sicht schon machen, wenn du weißt, was du tust. Ich denke, jetzt haben wir das Thema Akku allumfassend und in noch nie dagewesen Ausführlichkeit behandelt. Die Frage ist, habt ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen oder Eigenerfahrungen, was mich auch zum Beispiel mal total interessieren würde, welches Ökosystem nutzt ihr? Könnt ihr mal schreiben? Oder auch, was habt ihr für Erfahrungen mit Dauerhaltbarkeit im gewerblichen Einsatz vor allen Dingen? Könnt ihr vielleicht meine Erfahrungen bestätigen oder meine Meinung oder meine Strategien, wie ich Akkus nutze? Schreibt es in die Kommentare und ihr sollt natürlich auch nicht wieder ungeschoren davon kommen, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brock Schmidt spendiert, hau ich einen schönen Akkuschrauber in die Runde. Was sollt ihr machen? Hashtag Akku, eure Kommentare unter das Video. Wie immer, den Akkuschrauber habe ich unten schön in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr mal draufklicken und euch informieren und Vorfreude walten lassen. Und jetzt seid ihr gefragt, haut rein in die Tasten. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren, das Glöckchen aktivieren, denn die Serie Werkzeug ABC ist natürlich erst am Anfang und es wird richtig lustig, denn es werden so viele Videos noch, dieses und auch garantiert kommendes Jahr noch. Da werden wir viel Spaß zusammen haben. In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüss und bis dann. Nicht muttervoll. So. Mal ein Video oder mal ein Lull.